Willkommen zurück zu Submarge 2. So, das hier müsste der letzte Aussichtspunkt sein, der sich hier oben befindet. Columbia Garden. Genau. Und dann nutzen wir den mal und hoffen, dass wir die letzten Gegenstände finden. Und dann sind wir zu Verasuchung. Sehr schön! Alle gefunden. Nichts hinzugefügt. Das ist aber gemein. Dann müssen wir die noch suchen. Also ich möchte zumindest die Upgrades... Äh, ich muss gleich mal gucken, was wir noch brauchen. Warte, wir fahren erst mal runter. Nee, nee. Und hier sind auch drei Bücher, aber wir brauchen noch... Fünf. Würde ich sagen, dass es drei oder vier sind es. Eine Blume brauchen wir noch. Also ich will zumindest die Sachen hier vollkriegen. Das hätte ich schon gerne. Einen Upgrade brauchen wir noch und ein Relikt. Ja, ja. Spieler zentrieren möchte ich aber gerade gar nicht. Ähm... Wo könnten wir denn da anfangen? Es könnte auch sein, dass Tagebücher noch irgendwo hier sind. Äh, ich glaub, den Part werde ich ein bisschen schnippeln. Einfach so, dass wir die letzten Gegenstände jetzt finden. Dann zeige ich halt immer auf der Karte an, wo das zu finden ist. Die ist interessiert. Ah! Und dann beschäftigen wir uns auch mit der letzten Station. Und dann bin ich auf das Ende gespannt. Moment. Was hat er mir denn hier eben angezeigt? Okay, hat er mir das alte angezeigt? Schade. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Okay, ein Buch fehlt uns, glaube ich, auch noch. Also man müsste eigentlich immer vier Bücher auf den verschiedenen Gebäuden finden. Und dann gibt es hier halt noch diese kleinen. Schön, dass sie Spaß haben. Schön. 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 Okay, abgefahren. Was ist es denn? Warte, ich muss mal eben gucken. Der hier hat mir, glaube ich, noch gefehlt. Zwölf, ne? Krake steht da. Und die 19. Okay, gut. Die dürfte sich jetzt eigentlich nicht mehr im Wasser befinden. Alter, die ist aber schnell. Und die sieht so abgefahren aus. Okay, cool. Ja, da müssten das eigentlich die Kreaturen soweit sein. Finde ich gut. Ähm. Aber dann fehlen mir noch andere Dinge. Und das jeweils einmal. Also bei dem Buch... Doch, beim Buch müsste es eigentlich auch so sein, dass mir noch eins fehlt. Warte mal, machen wir dann hier unsere Geschichte. Brauche ich nicht? Stadtgeschichte war das, ne? So, ein Gebäude bleibt noch aus. Das haben wir ja noch nicht gemacht. Genau. Und dann haben wir hier noch... Hier fehlt noch eins. Orientierungspunkte haben wir voll. Samen haben wir selbstverständlich noch nicht voll. Äh, Stila haben wir natürlich dann auch noch nicht voll. Kreaturen auch nicht. Genau. Okay. Dann suche ich mal weiter. Ich werde den Part definitiv irgendwie so zusammenschnibbeln. Ähm, dass man zumindest die Orte sehen kann, wo man was finden könnte. Aber das alles... Also es dauert doch schon ein bisschen länger, als das Video dauern wird. Das ist sonst ein bisschen viel des Guten. Okay. M Tips... Bis zum nächsten Mal. ... Musik Da Gefunden Okay, das letzte Relikt, das müsste das letzte sein Wo ist es denn jetzt? Natürlich sowas Ich habe mich gerade so gefreut Ah, okay, ein bisschen weiter raus Ja, dann schauen wir mal, was wir da bekommen Oh, ein kleiner Roboter Wie schön, wie schön Und alle Relikte gefunden Gut, und jetzt ist es nur noch das letzte Nur noch ist gut Das letzte Boot-Upgrade Hier bin ich aber gewesen, ne? Und dann noch ein Buch Ja, und das letzte Gebäude halt Ist ja klar Aber das Suchen wird sich lohnen Da bin ich fest überzeugt Ah, ich habe was gehört Aber wo? Yay Ich glaube, das war jetzt die letzte, ne? Sehr schön Ja, auf jeden Fall Hier haben wir ihn gefunden Puh, ja, okay Supi Und jetzt Relikt hatten wir auch alles Ja, eine Blume ist klar Und ein Buch habe ich noch gesagt, ne? Müsste noch irgendwo Ein Buch sein Guck schon, wenn man mit dem Fernglau ist Wo so viel rausgekommen ist Bis jetzt noch nicht Mal gucken Wir suchen einfach weiter Und ein paar schön eins oder? Ja Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, da haben wir's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist doof. Das klappt natürlich nicht. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.